Musik 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 Ja, ich liebe Schmida, ich liebe das Präsidium vom Westfalen-Türzungsverband. Ich darf euch hier recht herzlich zum Anruf im VK-Finale begrüßen. Die erste Telefoniererin im VK-Finale, ich denke mal, das ist ja mit angenommen worden. Heute treffen wir uns die Bessin hier, um in den Ultima-Käben-Sieger aufzuspielen. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß, viel Erfolg. Und ich denke mal, heute Abend zählen wir auf jeden Fall die takten Mütze aus. In diesem Sinne, viel Erfolg. Ja, liebe Sportfreunde im Auftrag des Präsidiums, ich glaube, alle hier recht herzlich begrüßen und begrüßen. Das ist, wie Martin Häusler richtig sagt, die erste Aufgabe. Ich darf zunächst bei ihm bedanken, dass er hier die Durchführung des Abschlussturniers übernommen hat. Noch wichtiger wird sicherlich heute Abend die Veranstaltung sein mit der Siegerehrung, zu der ja alle eingeladen sind. Damit soll es auch schon genug der Vorrede sein, denn die Spieler sind alle heiß, die wollen jetzt endlich an die Tische, um sozusagen abzuräumen. Und an Tisch 7, 3-0-2, Thomas Pranz und Ingo Walter-Schwarz. Spannender Spannungsfilmer Spanniones Spannungen Bescheid Vielen Dank. 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 Vielen Dank.